So, hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin zurück mit Saints Row, einem Let's Play zum Spiel. Ich zeige euch die erste Stunde aufgeteilt in zwei Parts und wir schauen uns jetzt hier die erste halbe Stunde zum Spiel an. Ja, Saints Row ist ja der Reboot, also der Neuanfang der Reihe und es ist viel Neues dazugekommen. Es gibt auch einen komplett neuen Bereich, wo man jetzt spielt und man kann hier jetzt eben auch komplett neu anfangen mit der ganzen Reihe und das tut es hier auch. Es tut auch die Witze, den Ton noch ein bisschen, ja, nicht so sehr übertreiben wie in den anderen. Es ist immer noch abgedreht, wie man es kennt, aber es schraubt das Ganze ein bisschen zurück. Also nicht komplett over 9000, sondern halt immer noch Saints Row Style, aber eben, ja, ein bisschen zurückgeschraubt. Wir schauen uns jetzt hier die erste halbe Stunde an. Ich werde im 4K-Modus spielen und auch natürlich Solo. Man kann das Ganze auch noch Koop spielen, was auch richtig geil ist. Und das schauen wir uns dann zum anderen Zeitpunkt nochmal an. Aber ja, ich freue mich drauf. Ich fand Saints Row 3 am besten. Das war mein Lieblingsteil. Und ja, jetzt gucken wir eben hier mal rein. Und ich bin gespannt, was sie hier verändert haben und was vor allem alles Neues dabei ist. Die Umgebung sieht ja sehr cool aus. So ein bisschen Las Vegas, Mexiko Style, wie das alles aussieht. Ich bin sehr gespannt drauf und wir gucken da jetzt auf jeden Fall mal rein. Und ja, ihr hört mich dann ungefähr nach den 25 Minuten ungefähr hört ihr mich dann wieder. Ich lasse euch erstmal mit dem Rest alleine, damit ihr die Atmosphäre und die Dialoge genießen könnt. Und dann hören wir uns dann im späteren Verlauf des Videos nochmal. Dann kommt auf jeden Fall auch noch Part 2 und es wird noch weitere Videos zum Spiel geben, wo ich dann auf einzelne Aspekte des Spiels nochmal näher drauf eingehe. Ja, dann schauen wir jetzt mal rein in den Reboot von Saints Row und dann hören wir uns, wie gesagt, später wieder. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel und dann bis später. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel. Starts mal? Starts mal. Starts mal. You sure you're at the right party? Starts a celebration for the Saints, is it not? Starts mal. Business with Marshall is less lucrative than it used to be. Ich hoffe, dass ihr bosses mich beim Schlimen interessieren in a new partnership will. Starts mal. Verwenden Sie einen Drehmann. Verwenden Sie einen Drehmann. Verwenden Sie einen Drehmann. Sie sind da. Ich würde dich schlafen. Hallo? Es ist Antonio Espina. Ich weiß, dass wir nicht die beste Geschichte haben. Aber ich dachte. Ich hoffe, wirklich. Ich hoffe, dass wir etwas machen können. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin aus. Ich bin bereit für was heute für mich. Ich bin aus. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 All right, ladies and gentlemen Contrary to your colleague's demeanor This is no laughing matter The Nawali already took out one team That was sent to bring him in And I want as many of us going home as possible So stick to the plan, work together And let's grab that son of a bitch And send him to the frontier Let's get paid Alpha team go First day on the job Fuck up Noogie, catch up Right Let's kick some Holy shit Tight Take cover That was Jesus Christ It's my first fucking day Shit Anybody left? Me, I think Fakes We have to rendezvous with Bravo team And we're dead Keep pushing forward I'll meet you there Copy that Welcome to the daily drive You're back to the Nawali! Getting a little hot out here Shit, that helps Hey you, we gotta find Clock! Better hustle, newbie Bravo team is ready to move in I'm not exactly taking a coffee break here Marshal scum Don't fight me Newbie, you still alive? You sound like you lost the pool Fall in We'll use this APC for cover Rolling shield Nice Nah, I'm delighted you approve Bailey, make a hold Roger that Now let's go Through the breeze Go, go, go This one's asking for it Keep it up team Let them have it Yeah You guys fucked with the wrong Multinational private military corporation Hey, this may be a weird time to ask But do we get hazard pay? You get a performance bonus For outstanding work If you survive the collective Got it Just trying to understand The pay structure Check them out Bailey, hold up Marshal, clear the field Yes, ma'am Turn her down Shit Whoa, take the turret I got it I'm good with these Now that's not You're damn lucky We don't have time to argue See, I told you I was good with these Just shut up and shoot Get low Stop her Take it out Before it cuts us down Not so funny When you're taking fire, huh? Drop her dick Bailey, you all right? Bailey Bailey, get your foot off the gate Whoa 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 Oh, shit Gwynn Gwynn, can you hear me? Anybody? Shit, either They're all dead There's no signal Guess I should push on And find the Nuali myself The things we do for rent Eliminate the intruder Kill him! At least I don't have to wear a suit Bit your tooth Shit Villain Shit Fuck Shit Shit Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Fine, but next time I give an order, the only words I want to hear are yes and ma'am. Got that? Uh, yes ma'am. Oh! Oh! Oh Good to make an honest blitz Little C4 should take out that barricade Ha! Couldn't do that in my last job Noobie, over here Glad you could join us Let's move We gotta keep the Nuali hold up until Charlie team arrives Noobie, once we hit the saloon, you flank left While the rest of us hold the center Flank? But I can... Yes, ma'am Saloon's right around this bend Get ready and remember the plan Alright team, let's take it Take cover! Noobie, I told you to flank left No plan to survive contact with the enemy Where's Charlie team? We're being overwhelmed! Hold fast! If we go down, we go down fighting Oh, come on! Get that son-of-a-bitch out What does it take for a man to be able to enjoy a quiet drink these days? Mr. Nuali, you're coming with me You really think you have what it takes to bring me in? I mean... Yeah? Yeah? Hey! Where you fucking going? I said you're coming with me! Perhaps I don't respect your authority Then respect this You set one foot on those stairs! Holy shit! No, you goddamn don't! Give it up, Nuali! There's nowhere to hide! You're surrounded! Make it easy on yourself! Ah! What the? I can't find it! Nevermind! Get back here and recruit! We've got the bastard bottled up with nowhere to ride! We know he's in the saloon! He can't stay in there forever! What the fuck? Thanks for the ride! I'll see you around! We need air support! Now! We need air support now! Stand down! We don't got time for hero bullshit! Don't worry! I got this! Ah! Gwyn, wir haben ein Problem. Hang auf, der Cavalier ist gekommen. Shit! Gehen Sie mit den Händen! Nicht heute. Oh, fuck! Killa! Oh In hurry I can barely get a beat on these guys Oh So I can kill your guys Oh Let's take them out Ah You have more courage than brains You're goddamn right I do You're too predictable Am I? You tried I'll give you that Get your hands in the air I caught him So der Hammer den explosiven Anfang hinter uns Und das war schon ziemlich actionreich, finde ich Und ich musste dann auch erstmal ein bisschen mit der Steuerung klarkommen Das ist ja immer so am Anfang, dass man da erstmal ein bisschen rumprobieren muss Bis man dann die richtige Einstellung gefunden hat Aber jetzt bin ich eigentlich ganz zufrieden Und ja, jetzt kann man hier seinen Charakter einstellen Ich kann euch empfehlen, bevor ihr das Spiel startet Dass ihr euch in der Boss Factory Das ist eine App, die könnt ihr euch auf der Konsole runterladen Da könnt ihr dann euren Charakter in aller Ruhe anpassen und einstellen Und dann, wenn ihr das Spiel euch holt oder holen solltet Könnt ihr dann den Charakter einfach importieren So hab's ich gemacht, dann muss ich nicht hier allzu lange dann rumsitzen und das einstellen Und man kann dann mehr Zeit mit dem Spiel verbringen Ja, den Charakter Editor, der ist wirklich umfangreich Da kann man alle möglichen Charaktere erstellen Ihr könnt aber auch euch erstellte Charaktere von anderen Spielern herunterladen Und die dann ins Spiel integrieren Da gibt's wirklich alles möglich Von One Piece bis Naruto und alles Also da haben Leute die ganzen Charaktere nachgebaut Was echt extrem cool ist Und die könnt ihr euch dann hier runterladen Ja, ihr habt's auch gesehen im Gameplay Es ist klar viel Action am Anfang Und es steuert sich auch echt cool Und sieht auch toll aus, finde ich Und ja, die Dialoge sind wieder, wie man's kennt von Sand and Throw Richtig abgedreht und richtig nice gemacht Ja, und später im Verlauf könnt ihr euch unfassbar viele Sachen noch kaufen In den Läden, neue Klamotten und neue Fahrzeuge Ihr könnt verschiedene Districte dann einnehmen und vieles weiteres Aber darauf werde ich dann nochmal in separaten Videos drauf eingehen Was man dann sonst so noch machen kann Und ja, da gibt's wirklich unfassbar viel, was man tun kann Viele Minispiele Und auch was die Anpassung angeht Da gibt's dann auch Klamottenladen Wo man sich dann nochmal neu eindecken kann Mit Klamotten oder mit irgendwelchen Ausstattungssachen Genauso mit den Waffen Die kann man dann verbessern und upgraden Damit das nochmal besser ist Also man hat hier richtig viel, was man tun kann Und gleich am Anfang habt ihr eben die Möglichkeit Dann euren Charakter einzukleiden Und später dann eben noch viel mehr Solltet ihr Vorbestellerboni haben Die kommen dann klar auch später im Verlauf dann noch dazu Die könnt ihr dann auch noch einsetzen Also richtig, richtig nice Ja, das soll es dann erstmal für den ersten Part gewesen sein Ich werde den Rest vom Video dann noch zu Ende laufen lassen Und wie gesagt, ich freue mich auf noch viel mehr Ihr könnt noch mit viel mehr Videos rechnen Und den zweiten Part werde ich dann auch noch euch zeigen Und dann gucken wir da auch nochmal rein Ja, das war's dann von mir Ich danke euch fürs Zuschauen Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst mir ein Däumchen nach oben da Bis bald, euer Monster Well, you didn't die All in all Not a bad start Jesus Christ You're not gonna last Your pep talks need some work This is for you Performance bonus Is this a joke? You, uh, you ribbing the rookie? What were you expecting? There's supposed to be a bonus based on exceptional performance That's right And if you had performed exceptionally You would have seen a bonus Oh, come on Can you really look me in the eyes and say I didn't do well? I can look you in the eyes and say you didn't do what you were told I saw a better way and I took it And if you were in charge, it would have been an inspired decision But you're not I am This is a warning Fall in line Or find a new job bal generous são Do you want to uh Who Will Who Know 有 O Oscar A O O I Untertitelung des ZDF, 2020